So, willkommen zurück. Da das dieses Mal nicht so ein großes Thema ist, dachte ich mir, wir können das Ganze auch mal an einem Beispiel machen. Und deswegen lasst uns das hier nochmal entfernen. Ich weiß, das ist jetzt quasi alles Hinführung gewesen, aber es macht auch tatsächlich Sinn. Und zwar können wir hier folgendes Szenario aufbauen. Wir wollen hier eine Struct Foo bauen. Und dieses Struct Foo enthält natürlich eine Void Foo. Und diese Void Foo, die macht nichts anderes als auszugeben, wo wir gerade sind. Das heißt, wir sagen hier Foo, Klammer, Klammer, als sozusagen, ich glaube, arg viel mehr falsch hätte man gar nicht schreiben können, dass wir quasi die Void aufrufen. So, wir wollen aber auch den Konstruktor natürlich bauen, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Und geben hier aus, dass wir Foo quasi bauen. Also alles groß geschrieben, wobei eigentlich nicht alles groß geschrieben. So, Foo. Und anschließend sagen wir hier noch, wir wollen noch den Destruktor bauen. Und den wollen wir hier, den wollen wir natürlich auch ausgeben, damit wir quasi genau wissen, was wir immer hier eigentlich machen. So, und das kann uns, glaube ich, schon mal beim Verständnis hier helfen, was hier eigentlich immer wann aufgerufen wird. So, und was wir jetzt in der Main machen, ist folgendes. Wir bauen erst mal ein paar Shared Pointer und gucken mal, wie die funktionieren. Beziehungsweise nein, lasst uns direkt mit den, ähm, mit den Unique Pointern anfangen, denn die machen eigentlich folgendes. Sie verbieten, dass ein anderer Shared Pointer diese Unique Pointer enthalten kann. So, und das ist quasi jetzt der große Unterschied. Die Shared Pointer sagen, okay, ich zähle die Referenzen, der Unique Pointer möchte sozusagen die Referenz immer exakt auf 1 halten, weil er ja unique ist, also wirklich einzigartig ist. So, und das sieht dann folgendermaßen aus. Wenn wir hier einen Unique Pointer bauen, ähm, vom Typ Foo in diesem Fall natürlich. Und zwar sagen wir hier, ähm, Pointer 1, wobei wir sagen einfach wieder Pointer dazu. Und natürlich gibt es auch hier die Funktion Make Unique, ja, da ist quasi auch nichts Neues mehr dabei. So, und genau so bauen wir uns quasi dieses Objekt. So, ähm, achtet darauf, wir haben hier zwar noch dieses Rote unterkringelte, aber eigentlich sollte da nichts kaputt gehen dabei. Ähm, das nächste, was wir hier tun, ist, wir geben uns einfach mal ganz kurz aus, was gemacht wird. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Fehler, ähm, was mir gerade aufgefallen ist, ich hier oben, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und, ähm, also die Klammern hinter Struct True, die wollte ich da nicht haben, ähm, und ich bin mir auch relativ sicher, dass die nicht, äh, auf meinem Bist gewachsen sind. Und hier wollte ich eigentlich ein Semikolon haben natürlich. Weiß nicht, manchmal, ähm, ähm, streite ich mich mit meiner IDE, aber das ist, glaube ich, ganz normal. So, was wir hier sehen können, ist natürlich, erstmal wird der Konstruktor aufgerufen und dann wird der Destruktor aufgerufen, ja, also dieses, äh, diese Tilde hier vorne und die ist quasi, zeigt uns ja an, dass wir im Destruktor sind. So, und ja, jetzt ist das Ding ja ein Unique Pointer, das heißt, was ich nicht machen darf, ist, ich darf nicht schreiben Auto, äh, Pointer 2, übrigens habe ich hier oben natürlich, hätte ich auch Auto schreiben können, das funktioniert genauso. Aber, ähm, das hier darf ich jetzt nicht schreiben, das wird mir direkt sogar angezeigt, ähm, hier, Unique Pointer has been explicitly marked deleted hier. So, ähm, das bedeutet nicht, dass er wirklich deleted wurde, sondern das bedeutet im Endeffekt, hey, du darfst das Ding nicht kopieren, ja, das, das ist illegal, so, was du da probierst. Und, ähm, genau so ist es ja auch. Ähm, was ich allerdings durchaus machen kann, ist folgendes, see out, ähm, ja, see out Pointer und foo, beziehungsweise eigentlich brauchen wir gar kein see out hier, weil das Ding nichts ausgibt. Wir können einfach den Pointer aufrufen. Und, ähm, da wird dann klar, dass es eigentlich nicht deleted wurde, sondern, dass ich natürlich Zugriff auf die foo habe und danach erst der Destruktur aufrufen wird. Aber, ich darf trotzdem hier kein, kein Copy machen, also kein Pointer 2 ist gleich Pointer, ja, das darf ich trotzdem nicht machen, weil eben hier, äh, der Konstruktor offiziell deleted wurde. So, das ist natürlich nützlich, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen müssen, dass es immer nur ein Objekt gibt. Also, gerade sowas wie Singletons oder sowas, ist natürlich super mit sowas. Ähm, aber, und das ist jetzt der große Punkt, man kann das ganze Ding umgehen. Man kann diesen Mechanismus umgehen und das will ich auch noch kurz zeigen. Das heißt, das ist nicht einzigartig und ich kann natürlich auch einfach ein neues foo erzeugen, ähm, und, ja, so tun, als wäre das quasi ein ganz normaler Pointer. Also, quasi nicht über einen Shared Pointer gehen, sondern einen ganz normalen neuen Pointer machen. Das heißt, dieser Mechanismus ist auf keinen Fall safe und ich sollte mich nicht drauf verlassen. So, ähm, und das heißt, was wir hier machen wollen ist, ähm, wir wollen das hier erstmal kapseln. Und if Pointer, äh, if Pointer machen wir hier die foo-Methode und danach machen wir folgendes. Wir erstellen uns einen neuen Bereich, ja, und das hier ist jetzt ein lokaler Block sozusagen und in diesem Block sind alle Gültigkeiten. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein int a erstelle, int a gleich 42 und hier unten möchte ich dann cout a machen, dann habe ich hier natürlich ein Problem, weil mein a nur in diesem Codeblock hier quasi drin steht. Das heißt, ich kann mit diesen geschweiften Klammern einfach sozusagen einen künstlichen Codeblock erzeugen, wenn ich zum Beispiel keine if oder sowas habe. Das geht wunderbar. Was ich jetzt hier drin allerdings machen möchte, ist folgendes. Ich will quasi diesen Mechanismus hier über den Unique Pointer umgehen. So, ich will es einfach kaputt machen. Und das kann ich folgendermaßen machen. Ich baue mir hier quasi einen, einen Unique Bodenstrich, äh, Pointer vom Typ Fu selbstverständlich wieder mal. Und, ähm, ohne diese Klammern. Und sag hier einfach Pointer 2 dazu. Pointer 2. So, und jetzt, wie, wie baue ich mir jetzt meinen Pointer 2? Nun ja, eigentlich gar nicht so schwer. Ich baue ihn mir, indem ich die Move-Funktion verwende. Und das heißt, ich schiebe quasi den Inhalt von Pointer in Pointer 2 rein. So, und das ist jetzt natürlich nicht mehr abgesichert. So habe ich sogar einen weiteren Unique Pointer auf Pointer, äh, auf mein Fu-Objekt hier oben. Ähm, das heißt aber auch, wenn ich hier drin jetzt irgendwas verändern würde über meinen Pointer 2, dann könnte ich trotzdem noch hier mit meinem, also würde ich wirklich das Objekt verändern, auf das ich hier, ähm, auf das der Pointer 1 irgendwas macht. Naja, schauen wir einfach mal rein. So, wir fügen hier oben in unserem Fu quasi mal ein Int A gleich 42 ein, wobei er eigentlich Int Fu heißen sollte, aber dann wird es, glaube ich, A verwirren mit dem ganzen Fuß. Und wir gehen jetzt hier einfach mal A aus. Ähm, machen vielleicht noch ein Endline hinten dran, damit es nicht hässlich wird. Und dann sagen wir hier A++. So, das heißt quasi unsere Variable A wird hier drin erhöht. So, und was wir jetzt hier drin machen, ist, wir rufen natürlich in unserem Pointer 2 auch Fu auf. Und jetzt gucken wir mal, was damit passiert. So, und wir sehen hier, okay, erstmal wird natürlich Fu mit 42 ausgegeben. Achte darauf, wir geben A aus, bevor es erhöht wird, okay. Das heißt, wir geben es quasi aus, bevor derjenige ist erhöht. Ähm, und wir sehen hier, das ist eigentlich schlecht, wenn wir das zuerst ausgeben, egal. Ähm, und wir sehen hier, einmal wurde hier dieses Fu aufgerufen, wir haben 42 bekommen. So, und dann wurde es nochmal aufgerufen, aber von dem zweiten Pointer, wir haben 43 bekommen. Das bedeutet, offiziell haben wir hier wirklich mit Pointer 2 auf dasselbe Fu-Objekt zugegriffen, wie bei Pointer 1, obwohl eigentlich Pointer 1 sagt, das Ding ist unik. Wir haben es quasi einfach mit dem Move umgangen, ja. Das bedeutet, dass, ähm, die Pointer hier, die zählen trotzdem nicht weiter. Also, die zählen nicht weiter, dadurch, dass ich ja hier den Inhalt einfach mir rüberkopiert habe, sozusagen. Aber es funktioniert trotzdem, ich kann es quasi umgehen. Und ja, natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber, genau. Also, wir sehen hier unten ist ja auch nur ein D-Struktur aufgerufen worden, nur ein Konstruktor wurde aufgerufen. Aber gut, ähm, es ist zumindest eine Möglichkeit, wie man, ähm, nun ja, dafür sorgen kann, dass sowas nicht unfreiwillig passiert. Also, dass man zumindest absichtlich quasi was kaputt machen muss. Theoretisch muss man nämlich hier wirklich mit Absicht dieses Move einsetzen. Und, äh, ja, dann, dann ist quasi schon klar, dass wir hier das Ganze umgehen wollen. Dann hätten wir eigentlich auch gleich einen Shared-Pointer draus machen können, weil wir es so wollten. Ähm, aber genau, für normale Programmierverhältnisse solltet ihr nicht in die Bredouille kommen. Und da sollte es eigentlich auch kein Problem sein. Deswegen finde ich hier dieses Make Unique eine sinnvolle, eine sinnvolle Erweiterung. Ähm, man muss es eben nur wissen, dass das Ding unique ist. Aber das sagt einem der Compiler zum Glück. Also, wenn ich jetzt hierher gehe und ich mache quasi mir einen neuen Pointer, dann kriege ich Bescheid. Hey, das darfst du nicht. Und dadurch weiß auch mein Kollege, ah, okay, ähm, ja, das soll eigentlich so nicht. Und dann kann ich vielleicht mit dem Rücksprache halten, warum ich das doch machen möchte. So, okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.